Wien! 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 Ich Interesting! Ach so, ich能 2010 auch, 어? Ja! Komm, Martin! Komm, Männer! Hey! Weiter, Männer! Klamm, du! Klamm, du! Zwei gegen ein! Zwei gegen ein! Zwei gegen ein! Zwei gegen ein! Hey! Ja! 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 Bravo, Bengels! Stark, Bengels! Du hast ja gar nichts verloren! Eine gute Frage! Zweite Bälle! Jawoll! Na, wir spielen nur lang. Ein Artikel! Foude, Foude, Foude! Bravo, Marion! Blocken! Blocken! Spanien! Julian, zweite Bälle! Weitermal! Nein! Weitermal! 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 Siehre, was ist mit dir? Ja! 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 Jetzt in der Halbzeit schon 3-0 für euch. Hast du dieses Ergebnis erwartet oder warst du sehr überrascht? Ich versuche das Ergebnis ein bisschen auszublenden, weil immer noch bin ich halt Jugendtrainer. Und ich fordere halt immer wieder 100 Prozent und ich hätte vielleicht auch anders denken können. Das war aber, das war voll verdient, fand ich. Also wir haben den ersten Halbzeit kontrolliert, sehr erwachsen gespielt. Ich bin mega stolz, muss ich sagen. Dass man fünf Spieler stehen kann in den Herrenbereich und dann trotzdem so eine Leistung abrufen kann, das muss ich nochmal sagen. Also da bin ich echt stolz drüber. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen anrechnen wir um an die Jungs.